Olli, wir sind hier in Rheinhessen bei der Fanregion Rheinhessen in Albig. Du hast gerade ein bisschen was kennengelernt über Wein, was gehört über Wein? Hast du was gelernt? Weißt du jetzt mehr über den Wein? Natürlich, ich habe viel gelernt heute über Weißwein und Rote Wein. Bei mir denke ich, Weißwein ist mein Lieblingswein, aber ich möchte gerne auch Rote Wein probieren. Momentan bleibe ich in Weißwein. Wie ist das als Sportler? Kann man da auch mal privaten Gläschen Wein trinken oder musst du dich eher ein bisschen zurückhalten und eher auf Traumsaft oder Wasser zurückgreifen? Normalerweise muss ich sagen nein, aber ich denke, die meisten trinken ein bisschen zu Hause, ein bisschen Wein und ein bisschen anders, als ich denke. Aber es ist nicht so gefährlich, denke ich. Aber es ist auch gut für die Gesundheit. Da gibt es Applaus von den Fans. Ja, es gibt auch immer die Gelegenheit, in so Tagen wie heute die Fans ein bisschen näher kennen zu lernen, ein bisschen in Kontakt zu finden. Wie waren die Leute zu dir hier? Alle nett? Ja, die sind nett natürlich und freundlich und ja, es ist nur eine positive Sache zu sagen und ja, es ist sehr nett. Bis zum nächsten Mal.